So, ihr Assis. Meine Gitarre ist wieder fertig. Die Schraubenzieher hier. Die Akkuschraube hier. Jetzt habe ich hier fürhin eine Schraube reingedreht, falls man das sieht. Ja, der Herr Ole Jagger. Der Herr Ole Jagger. Ausgerissen hat letztes Mal bei den Krippelnung. Der ZMP-Spieler hat alles kaputt gemacht. Guck mal, zieht mir schon den Nacken. Ich spiele Bass. Ja, er ist halt sehr dumm, aber er ist nicht so schlimm. Bei ihnen hat eine Seite gefehlt, also ohne Scheiß. Dieser richtige Assis, ne? Rock'n Roll, Pio. Rock'n Roll. Was machst du denn da? Zettel schreiben, guck. Aber ich kann nur die Zahlen. Das mit den Buchstaben, das muss immer ein anderer machen. Piss dich, Alter. So. Du beweist mal wieder, dass wir eine sehr dumme Band sind. Aber wo ist deine dumme Tat für heute? Ich wollte erst das B schreiben. Arbeitslos. Aber so habe ich das in der Schule kennengelernt. Aber man ist doch ein stummes R, ne? Genau. Arbeitslos. Auf Wiedersehen. 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 Ja, Conterta-Pro. Wow. Ich finde das bestimmt gar nicht so lustig, ne? Nee. Nee. Oh, hier hat schon mal zusammengekracht. Guck mal. Außer Backstage-Bereich. Das ist schon scheiße. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Aber in der Klaufer-Bühne war sichere. Ja. Was macht das? Was macht das denn hier jetzt? Scheiße. Ja! Schau! 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 Scheiße. Gott sei Dank. Das kommt, Alter. Geil. Ich bin zu. Ja. Ich habe auch noch die Apfel. Ich habe es alles drauf, Alter. Ja? Ja. Alter, wie die Platte. Ja. Ja. Ja, das war's ja. Das ist nicht so schlimm. Guck mal, die Hure ist auch hier. Ja. Meine liegt zu hoch. Das ist windig. Wo ist meine Haare deshalb? Haben wir das schon mal? Was wir haben? Na, so eine Konzerta-Fuße, ne? Nee. Ich glaube, die hatten wir noch nicht. Aber das ist auch echt so dick. Das ist so dick. Ja, wo soll ich den Scheiß jetzt hier lassen? Alles, Alter. Das war auch geil, ne? Das ist scheiße. Das ist geil. So. Wo ist heute unser Mörsch hier? Vielleicht hört man uns. Ja, hallo. Also wir haben gerade ein bisschen umdekoriert. Äh. Ja. Das ist euch am besten selbst an. Ist auch einmal ein bisschen luftig geworden. Ich glaube, wir haben den Ventilator zu hoch aufgedreht. Und ja. Die kämpfen hier auch gerade noch ein bisschen. Könnt ihr mal gucken. Kann ich euch helfen oder so? Ja. Wir haben 15 Euro verdient heute. War so. War richtig gut heute. Ist das ein Button? Ja. Das ist die Button. Ja. Das ist die Button. Ja. 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 Ey, du Sack! Ein Bier, ein war neu. Das war ich aber nicht. Aber... Kriste gleich. Kriste gleich. Das ist die erste Abwarnung. Ja. Ja. Wollt ihr was in die Kamera sagen? Für dieses Konzert? Einen Abbruch? Welchen Abbruch? Nee. Geh doch gleich weiter. Also wenn nichts mehr geht, Melonen geht immer. Das ist doch schön. Das funktioniert sehr richtig gut, ne? Nee. Es liegt aber viel an deiner Dummheit. Aber es ist ja schlimm. Wir sind auf eine sehr dumme Band. Hast du mal die Schnauze halten jetzt, oder was? Ja. Hase! So ist die Hälfte. Hier ist die eine Hälfte von Igelei. Äh, ist ja eklig. Er ist nur die eine Hälfte. Ach so, ich bin die eine Hälfte. Ja, der ist ja wirklich ekelhaft. Nur der Stehner. Ja. Ist das eine Kamera? Nein. Ich hab vorne heute. Doch, guck mal. Ich glaub, hier ist die Kamera. Das sieht aus wie eine Rückfahrkamera. Wenn du jetzt nicht da kommst, piept die dann? Piept die? Kommst du nicht da, piept die? Ja, die piekt auch gleich. Ach du Scheiße. Komm mal, haut das. Hab ich da noch mal? Manni, du hast so viel da. Ey, aber habt ihr schon mal sein Anti-Hitler-Bad gesehen? Ihm wächst hier kein Bad. Ein Anti-Hitler-Bad. Ist das Anti-Faschist? Also, Linke kannst du nicht sein. Kennt ihr die Hittersfolie? Mach jetzt. Mach's wichtig für die Kamera. Mensch, jeder muss das killen sein! Pia, ich müsste… Wir müssen an… Seh, wir müssen an das کیern processen. Bia, wir müssen unter-Mascha türkne, wenn wir nicht über die, 1 0 %